Er ist noch mal kurz von Deutschland weg. Irgendwo anders ist es anders. Und was ist hier los? Der gleiche Stau wie auf deutschen Autobahnen. Juhu! On my way to Fort Lauderdale, coming from Miami. Das ist nämlich schön, trotzdem schön. Wir haben hier zumindest mal 28 Grad abends um halb sechs.